Assalamu alaikum. Der Ruf des Iman. Das ist eine neue Reihe, welche wir insha'allahu ta'ala beginnen wollen. Eine Reihe, wo wir uns all die Verse anschauen wollen, in denen Allah ta'ala jeden Einzelnen von uns ruft. Und zwar ganz persönlich mit den Worten, O, die ihr glaubt, O, die ihr den Glauben verinnerlicht habt. Und Allah ta'ala, er hat dies insgesamt 89 Mal im Koran verwendet. 89 Mal ruft Allah ta'ala jeden Einzelnen von uns persönlich und verlangt etwas Konkretes von uns. Und wir wollen uns anschauen, was Allah ta'ala von uns Gläubigen verlangt. Interessant ist, dass all diese Rufe erst in der zweiten Hälfte des Korans vorkommen. Was meine ich mit der zweiten Hälfte? Damit meine ich die zweite Hälfte chronologisch gesehen. Das heißt, erst in den Ayat, die Allah subhanahu wa ta'ala in al-Madina al-Munawwara nach der Hijra auf unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam offenbart hat und herabgesandt hat. Also mit anderen Worten, im sogenannten medinensischen Koran. Der Koran, der nach der Auswanderung unseres Propheten sallallahu alayhi wa sallam von Mekka nach Madina, unserem Propheten sallallahu alayhi wa sallam offenbart wurde. Und das ist sehr interessant, dass Allah subhanahu wa ta'ala erst dort die Gläubigen konkret ruft. Weil sich hier jetzt auch wirklich eine Gemeinschaft gebildet hat. Hier können die Muslime all diese Dinge, welche Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen verlangt hat, auch wirklich umsetzen. In Mekka ruft Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen im Allgemeinen. In Medina bildet sich jetzt eine Gemeinschaft. Und deswegen fordert Allah subhanahu wa ta'ala von den Gläubigen ganz konkret bestimmte Dinge umzusetzen, bestimmte Gebote zu vollziehen. Und wir wollen uns anschauen, was will eigentlich Allah subhanahu wa ta'ala ganz konkret von uns. In welchen Suren kommt jetzt dieser Ruf des Iman vor? Und wie oft? In Surat al-Baqarah elfmal. In Surat al-Imran siebenmal. In Surat al-Nisa zehnmal. In Surat al-Mah jede ganze sechzehnmal. In Surat al-Anfahl sechsmal. In Surat al-Tawbah sechsmal. In Surat al-Hajj einmal. In Surat al-Nur dreimal. In Surat Muhammad zweimal. In Surat al-Hujurat. Ganze fünfmal, obwohl es eine E-A-Kudse gesuhe ist. In Surat al-Hadid einmal. In Surat al-Mujadala dreimal. In Surat al-Hajj-Hashr einmal. In Surat al-Mumtahana dreimal. In Surat al-Saf dreimal. In Surat al-Jumu'ah einmal. Al-Munafiqun einmal. Al-Tagabun einmal. Und in Surat al-Tahrim ebenfalls einmal. Also insgesamt 89 Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala jeden Einzelnen von uns zu etwas Bestimmtes aufruft. Und unsere Aufgabe ist es, ganz genau zuzuhören. Abdullah ibn Mas'ud, er hat gesagt, jedes Mal, wenn Allah ta'ala sagt, So, herr ganz genau hin zu. Herr ganz genau hin. Warum? Weil es sich entweder um etwas Gutes handelt, wozu du aufgefordert wirst. Aus-Scharrun tunha'anhu. Oder etwas Schlechtes, was Allah ta'ala dir verbietet. Und genau so sollte unsere Einstellung zum Koran sein, dass wir verstehen wollen, was will Allah eigentlich für uns. Und dass wir bereit sind, das auch wirklich umzusetzen. Für viele ist der Koran einfach nur ein traditionelles Buch. Es ist schön, sich es ab und zu mal anzuhören. Zu bestimmten Anlässen, wie bei einer Trauerveranstaltung, wenn jemand verstorben ist, dann wird der Koran schön rezitiert. Aber dass der Koran eigentlich ein Buch des Lebens ist und nicht ein Buch des Todes. Dass der Koran eigentlich ein Buch ist, was mich als Mensch verändern soll, was mich zum Guten führen soll und eine Anleitung für mein Leben sein soll, das ist für die wenigsten Muslime der Fall. Und deswegen wollen wir uns, insha'Allah ta'ala, mit jedem Einzelnen dieser Rufe auseinandersetzen. Kurz und knapp. Damit wir die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala verstehen. Und damit wir in die Fußstapfen der Sohabe treten können. Welche diese Ayat, einer nach der anderen, aus dem Munde unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, gehört haben und dann direkt umgesetzt haben. Sie haben nicht gezögert und gesagt, ja, ich warte jetzt mal, oder wenn es mir passt, dann setze ich das um. Nein! Ist eine Ayat herabgekommen? Und dann haben sie gesagt, ich höre und ich geräusche. Und ich möchte nur ein Beispiel nennen, insha'Allah ta'ala. Unsere Mutter Aisha, sie sagte, als Allah ta'ala den Vers in Surat An-Nur über den Hijab herabgesandt hat, Und sie sollen ihre Kopftücher über ihre Ausschnitte werfen, die Frauen. Da haben die Frauen was gemacht. Hört mal zu, was Aisha sagt. Möge Allah sich jener Frauen erbarmen, die als erstes ausgewandert sind. Also vom Mekka nach Medina. Als Allah diese Ayat herabgesandt hat, haben sie ihre Untergewänder genommen, sie in zwei Teile gerissen, ein Teil genommen, um diesen noch einmal umzubinden, und den anderen Teil genommen, um genau dieses Gebot zu erfüllen. Neben ihren Kopfbedeckung, haben sie auch was bedeckt. Haben sie auch ihre Ausschnitte bedeckt. Direkt umgesetzt. Und diese Einstellung sollten wir haben, wenn wir uns jetzt, insha'Allah ta'ala, in den kommenden Tagen mit dem Ruf des Iman beschäftigen werden. Möge Allah ta'ala uns zu den wahren Mu'minin, zu den wahren Gläubigen gehören lassen, welche die Worte Allahs hören, sich angesprochen fühlen und direkt umsetzen. Amin ya Rabbil Alameen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.